Grüß Gott, liebe Aufrufer, Christismus, Judismus, Islamismus. Ich habe heute hier zum Ausweis des Datums Bild vom Montag, dem 14. Januar 2013. Es gab eine vom Spiegel veranstaltete Gegenüberstellung zwischen Jakob Augstein und David Graumann, dem polnischen Funktionär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und wer hätte das gedacht? Schön ist es in Deutschland. Man darf sagen, was man will und es wird beachtet. Ich beachte also folgendes. Der Herr Graumann, der diesen Begriff Antisemitismus zu seinen eigenen Geschäften inflationiert, wundert sich darüber, dass der Begriff Antisemitismus abstumpft. Das wirft er nun Leuten vor, die er sich aussucht. Und ausgesucht hat sich also David Graumann dem Augstein mit dem Vorwurf, Herr Augstein könne zukünftig täglich dem Antisemitismus-Hitparadenveranstalter in Kalifornien einen Strauß Blumen schicken, sich zu bedanken, dass Augstein durch diese Antisemitismus-Kampagne nun so berühmt geworden ist. Und das ist eine schöne Karriere. Naja, also wir kommen dazu, natürlich, ich betreibe jedenfalls das Name-Dropping von diesen Leuten, die die Nazi-Zeit mit neuen Farben versuchen zu wiederholen, nicht mit. Kommt überhaupt nicht in Betracht. Und ich finde auch, man sollte Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung oder auch die Selbsterhöhung im Sinne von, ich habe die Weisheit, ich bin auserwählt und so weiter, die sollte man zu Hause lassen. Ansonsten funktioniert das nicht. Dann ist es nur noch das Recht des Stärkeren. Gut, das haben wir jetzt von Richard Herzinger gehört. Israel ist der Stärkere und dem muss man sich natürlich beugen. Ich habe jetzt also hier aus dem Buch Israel schafft sich ab. Das ist ja offensichtlich ein ganz gerissener Autor hier, Gershom Gorenberg. Der sagt nun, Israel schafft sich ab. In Wirklichkeit schafft Israel an. Jetzt weiß man gar nicht, was man glauben soll. Aber gut, muss ja auch nicht. Man muss es ja nicht glauben. Man nimmt es einfach nur zur Kenntnis. Und dann habe ich hier aufgeschrieben, wir sind hier auf Seite 181 gelandet und es heißt jetzt hier weiter. Dieses breite Bild, nämlich die schrumpfende Zahl israelischer Erwerbstätiger. Das Pyramidensystem wird Israel in den Bankrott treiben und die Scharedim hungrig zurücklassen, sagt Herr Gorenberg, deren Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist. In der Generation seines Vaters erzählte mir ein Teilzeitbeschäftigter Scharedim war es normal, das Ikolel, das sind Schüler der Talmudschule, mit 13 Jahren zu verlassen, also das Kolleg sozusagen, während heute Männer im Alter von 40 oder 50 noch immer studieren. Er selbst ging auf die 40 zu, mit einer relativ kleinen Familie von nur 5 Kindern und gab hier und dagegen Bezahlung ein bisschen Unterricht. Wir saßen im Wohnzimmer seiner Wohnung in einem gänzlich ultraorthodoxen Viertel jenseits der grünen Linie. Im Geheimen bei sich selbst war er gesellschaftskritisch. Er sprach langsam, als müsse jedes Wort erst zwischen hunderten widerstreitender Gedanken ausgehandelt werden. Seine Frau hatte Arbeit, deshalb kam seine Familie zurecht. Doch aus dem Thora-Job, den er sich von Jugend auf erhofft hatte, war nie etwas geworden. Stück für Stück wurde eine Situation geschaffen, in der jeder im Kolel studiert und die Zahl der Thora-Stellen sinkt, klagte er. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage hätten, die Leute dauernd ein flaues Gefühl im Magen. Ein Kolel-Student arrangiert die Heirat seiner Tochter und verpflichtet sich zu Beträgen für das junge Pfarrer, die er nie im Leben gesehen hat. Die übliche Reaktion der Gesellschaft besteht darin, den Glauben zu betonen. Sie sind nicht gerne realistisch. Sie reden lieber religiös. Sie sagen Dinge wie, bevor du nach der Zukunft fragst, blick zurück. Vor 30 Jahren haben die Leute schon gesagt, dass es nicht so weitergehen kann. Und schau nur, es geschehen Zeichen und Wunder. Eine Woche zuvor hatte ein berühmter Rabbiner in seinem Viertel einen Vortrag gehalten über das Thema Vertrauen. Das Leben der Scharedim fuhr er fort, baue auf das, was die Rabbiner sagen. Das geht weit über die Ehrung von Thora-Gelehrten hinaus, wie es in früheren Generationen der Fall war. Es ist das Vertrauen, dass sie mehr wissen, mehr verstehen von den praktischen und politischen Dingen, nicht nur von der Religion. Damit anzufangen, seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen, sei ein langsamer und gefährlicher Prozess. Denn, wenn jemand anfängt, am Wort seiner Rabbiner zu zweifeln, ist es schwer, eine Grenze zu ziehen. Da könnte ja das ganze Glaubensgebäude einstürzen. Vertrauen in die Rabbiner, sagte er, ist die Erziehung, die sie meinen Kindern eintrichtern. Doch er gab zu, dass er die Entwicklung zu einer beschränkteren Erziehung hingenommen hatte. Sein Vater war noch auf eine Schule gegangen, die Thora-Unterricht mit einem akademischen Curriculum verbannt und aus deren Schülern später nicht nur Rabbiner, sondern auch Professoren und Ärzte wurden. Er selbst hatte eine Grundschule von Agudat Israel besucht, wo Geschichte, Mathe und sprachlicher Ausdruck in der Muttersprache unterrichtet wurden, aber kein Englisch. Ein wesentliches Fach im israelischen Bildungskanon. Seine Sekundarschule war eine Talmudschule ohne säkulare Fächer gewesen. Seine Söhne gingen auf sogenannte Talmudet Torah, Schulen außerhalb des Agudat Israel Systems, jedoch überwiegend staatlich finanziert, wo ein für Kanonfächer pro Tag 45 Millionen Minuten vorgesehen war. So sieht in der Welt der israelischen strengen Gläubigen der normale Fortgang durch die Generationen aus. Der Mann, der mir gegenüber am Tisch saß, hatte sich einer stillen Rebellion angeschlossen und schickte seinen ältesten Sohn abends in den privaten Englischunterricht, um ihm so die Möglichkeit eines späteren Studiums an der Universität zu eröffnen. Die Frau meines Gastgebers blieb während unseres Gesprächs in einem anderen Zimmer. Bevor ich ging, rief sie ihn zu einer dringenden Unterredung. Er kam zurück und bat mich unbehaglich um eine schriftliche Versicherung, dass ich nichts schreiben würde, wodurch man ihn identifizieren könne. In ein paar Jahren würden sie für ihre Töchter Hochzeiten arrangieren müssen. Da konnten sie es nicht riskieren, als Kritiker oder Heretiker bekannt zu werden. Die Auswirkungen der Verbindung des Staates mit der Ultraorthodoxie beginnen im Geschäftswesen. Aber sie gehen weit darüber hinaus. Zwei Beschäftigungsquellen für scharedische Männer waren zum Beispiel das staatliche Rabbinat und die rabbinischen Gerichte. Das Rabbinat hält die exklusive Zuständigkeit für die Heirat unter Juden innerhalb Israels inne. Die Hauptfunktion der rabbinischen Gerichte ist die Scheidung. Ebenfalls ein religiöses Monopol. Für heiratswillige, gemischte Paare oder Juden, die nichts mit einer klerikalen Bürokratie zu tun haben wollen, besteht die einzige Alternative zum Rabbinat darin, für eine zivile Zeremonie ins Ausland zu gehen. Bei Scheidungen gibt es keine Alternative. Quellenangabe Formal werden die Richter rabbinischer Gerichte aufgrund ihrer Qualifikation ernannt. In der Praxis werden die Stellen in den Gerichten und beim Rabbinat in Patronage verteilt. Die wachsende Macht der scharedischen Parteien seit 1977 hat es ihnen ermöglicht, mehr von diesen Stellen mit ihren Kandidaten zu besetzen. Quellenangabe Die Behandlung von Frauen durch rabbinische Gerichte ist besonders schändlich. Unter jüdischem Gesetz gewährt der Ehemann seiner Frau die Scheidung. Rabbinische Richter haben störrischen Ehemännern immer wieder erlaubt, ihren Frauen jahrelang die Scheidung zu verweigern oder ihren Vorteil zu nutzen, um die Konditionen für Unterhalt und Sorgerecht zu diktieren, haben innovative Deutungen des jüdischen Gesetzes vorgeschlagen, um das Problem zu lösen. Quellenangabe An derlei Neuerungen zeigen die rabbinischen Richter indes kein Interesse. Im Namen der Tradition hat das rabbinische Establishment in Staatsdiensten jedoch alarmierende Veränderungen ins Judentum eingeführt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wer Jude ist. In der klassischen jüdischen Sichtweise sind Juden eine große, weitläufige Familie, die einen Bund mit Gott geschlossen hat, um die Wendung des Rechtsprofessors Svi Sohar von der Bar Ilan Universität zu benutzen. Das Kind einer jüdischen Mutter ist Mitglied des Clans. Ein Konvertit ist ein Adoptivkind und bleibt wie jeder, der in die Familie geboren wird, lebenslang jüdisch. Ob sie oder er nun die Regeln des Bundes einhält oder nicht, Das ist ein Selbstverständnis, das nur schlecht in die europäischen Kategorien von Nation und Religion passt. Doch sowohl der Zionismus als auch die Ultra-Orthodoxie haben versucht, das Judentum in dieses Korsett zu zwingen. Quellenangabe Das staatliche Rabbinat hat nicht-orthodoxe Übertritte nie anerkannt. In den letzten Jahren steht es orthodoxen Konversionen zunehmend skeptisch gegenüber, außer jenen, die von einer auserwählten Gruppe von Rabbinern vollzogen werden. Mehr noch, eine radikale These hat sich unter den Richtern rabbinischer Gerichte festgesetzt. Damit ein Übertritt zum Judentum gültig ist, muss ein Konvertit sich aufrichtig auf die Einhaltung des jüdischen Gesetzes verpflichtet haben. Und seine Aufrichtigkeit im Augenblick der Konversion lässt sich noch Jahre später an seinem Verhalten ablesen. Wenn ein Konvertit unkoscheres Essen zu sich nimmt, am Sabbat arbeitet oder womöglich, wenn es eine Frau ist, das Haar nach der Heirat nicht bedeckt, kann ein Gericht die Konversion annulieren. Quellenangabe Das staatliche rabbinische Berufungsgericht äußerte diese Auffassung 2008, als es das Urteil eines rabbinischen Richters in einem Scheidungsfall einer aus Dänemark gebürtigen Konvertitin bestätigte. Da sie keinen streng orthodoxen Lebensstil gepflegt hatte, bekräftigte das Berufungsgericht, dass ihre 17 Jahre zuvor erfolgte Konversion ungültig sei. Statt eine Scheidung auszusprechen, annullierte der Richter ihre Heirat. Das Urteil bedeutete, dass sie keinen Juden mehr heiraten konnte. Es sei denn, sie ginge ins Ausland. Ihre Kinder, aufgewachsen als Juden, hatten einfach ihre Identität verloren und wurden ebenfalls auf die schwarze Liste der rabbinischen Gerichte für Menschen gesetzt, die in Israel keine Juden heiraten dürfen. In religiöser Hinsicht war dieses Urteil ein Skandal. Es beseitigte das jüdische Prinzip, dass ein Konvertit einem von Geburt an jüdischen Menschen gleichgestellt ist. Der größte Skandal ist jedoch, dass der Staat eine bestimmte Gruppe von Rabbinern ermächtigt hat, ihre Ansichten anderen Juden aufzuzwingen und es ihnen erlaubt hat, einem Bürger das Recht auf Heirat zu verweigern. Der oberste Gerichtshof verwies den Fall in der Folge an ein anderes rabbinisches Gericht, das die Frau dreimalig zu ihrer Befolgung des religiösen Gesetzes befragt und schließlich zu dem Urteil kam, dass sie tatsächlich ordentlich konvertiert war. Quellenangabe. Dieses Urteil brachte ihren Fall zwar zu einem glücklichen Ende, es beruhte aber wiederum auf der Anmaßung, der Übertritt zum Judentum stünde unter Vorbehalt und könne von einem religiösen Gericht des Staates annulliert werden. Dass hier erst das oberste Gericht einschreiten musste, unterstreicht die Verstrickung von Staat und Religion. Abhilfe würde offensichtlich die Einführung der Zivilheirat in Israel und die Auflösung der rabbinischen Gerichte schaffen. Es ist ebenso offenkundig, dass die Knesset, solange säkulare Parteien ultraorthodoxe zum Regieren brauchen, keine solche Abhilfe beschließen wird. In der politischen Diskussion in Israel lautet die übliche Erklärung für die Macht der ultraorthodoxen Parteien, dass sie im Parlament das Zünglein an der Waage spielen. Da sie in der Lage sind, ihre Unterstützung an eine Koalition der Linken oder der Rechten zu verhökern, können sie den Preis der beiden nach oben treiben. Diese Darstellung ist irreführend. Die scharedischen Parteien haben beharrlich rechte Regierungen bevorzugt. Doch selbst als 1992 die Arbeiterpartei und 2006 Ehud-Ulmerz, zentristische Kadima-Partei, vorwärts, die Wahlen gewannen, suchten diese Bündnisse mit den ultraorthodoxen Quellenangabe. Die wahre Grundlage der Stärke der Scharedim liegt anderswo. Im Ausschluss jener Parteien von der Macht, die ihren Rückhalt in der arabischen Bevölkerung haben. 1992, als Rabin gewählt wurde, gewannen zwei Parteien, die hauptsächlich von palästinensischen Bürgern Israels gewählt wurden, insgesamt fünf Sitze im Parlament. Quellenangabe. 2006 errangen drei von Arabern unterstützte Parteien insgesamt zehn Sitze. Die Bedeutung des Wahlsiegs der Arbeiterpartei von 1992 war, dass sie zusammen mit den arabischen Parteien und einer anderen linken Partei eine Mehrheit in der Knesset bekamen. Dasselbe galt für den Sieg der Kadima. Doch seit Ben-Gurion die Kommunisten ausschloss, lautet die eiserne Regel, dass Parteien mit arabischer Unterstützung keine Kandidaten für Koalitionen und das Kabinett sind. Die höflichste Erklärung dafür ist, dass man, solange der israelisch-arabische Konflikt fortdauert, den von Arabern unterstützten Parteien nicht zutrauen könne, Verantwortung für die nationale Sicherheit mit zu übernehmen. Die weniger höfliche Erklärung ist, dass ein großer Teil der jüdischen Mehrheit eine Regierung, die sich zum Teil auf arabische Stimmen stützt, nicht als legitim ansieht. Koalitionsbildungen sind wie Einkäufe. Die große Partei muss ihre kleineren Partner in politischer Münze entlohnen. Gibt es mehrere mögliche Partner, muss jeder einen niedrigeren Preis für seine Unterstützung veranschlagen. Weil die arabischen Parteien ausgeschaltet werden, können die Ultraorthodoxen mehr verlangen. Quellenangabe Es ist Rabin anzurechnen, dass er die Grenze der arabischen Beteiligung weiter vorgeschoben hat, als jede andere israelische Ministerpräsident vor und nach ihm. Ohne die von den Arabern unterstützten Parteien formal in seine Koalition aufzunehmen, einigte er sich so weit mit ihnen, dass sie ihn im Parlament unterstützten. Im Gegenzug stellte die Regierung Mittel bereit, um die lange Vernachlässigung arabischer Gemeinden auszugleichen. Wie mir ein kommunistisches Knesset-Mitglied damals sagte, behandelte Rabin die kommunistische Partei wie eine öffentlich anerkannte Mätresse, was gegenüber der Vergangenheit schon eine Verbesserung darstellte, aber noch nicht genügte. Quellenangabe Als die Schatzpartei die Koalition verließ, blieb Rabin mit Hilfe der arabischen Parteien an der Macht, was die Wut der Rechten gegen ihn noch weiter aufpeitschte. Seit seiner Ermordung hat kein anderer Politiker mehr den Mut aufgebracht, seinem Beispiel zu folgen oder gar noch weiter zu gehen. Israel schafft sich ab. Das ist aktuell die Einschätzung von Gershom Gorenberg, einem orthodoxen, gläubigen Juden, israelischen Staatsbürger und Historiker, amerikanischer Abstammung. Danke für den Aufruf.